Na ihr Lieben, was sagt ihr? Das steht da. Lange haben wir drauf gewartet und der liebe Leon hat euch heute was ganz Individuelles aus dem Kästchen geholt. Und zwar der neue BMW M3 Touring. Dieser vereint Leistung und volle Funktionalität und das mit nun sage und schreibe 530 PS. 20 PS mehr als beim Vorgänger und damit beschleunigt er in gerade einmal 3,6 Sekunden von 0 auf 100. Und bietet dabei, darauf kommt es an, ein Kofferraumvolumen von 500 bis 1510 Litern. Die Frage aller Fragen, würdet ihr ihn in dieser Farbe nehmen? Ich würde sagen, definitiv ja. Also ich bin ganz ehrlich, ich sage dir was, diese Farbe, die ist sowas von rattenscharf, megamäßig geil. Die bekommst du übrigens bei Individual, da musst du das Häkchen setzen, dann steht er bei dir in der Garage. Mega geil. Ah ja, da war ja noch was. Und damit mal wieder ein ganz herzliches Willkommen hier bei den Emil Frey Vogel Automobilen. Hier bekommst du alles Wissenswerte rund um BMW und auch Mini. Abonniere unseren Kanal, um keine weiteren Infos mehr zu verpassen und stets auch die neuesten BMW M-Modelle hier neben mir als allererstes zu entdecken. Frage, ist er das wirklich der familientauglichste und gleichzeitig schnellste Kombi nach dem aktuellen BMW M5 Touring? Ich würde eins sagen, wir finden es heute zusammen heraus. Der Förster kommt, die Front des BMW M3 Touring, hier endlich mal als LCI, beeindruckt mal wieder durch eine aggressiv gestaltete Doppelniere, in Hochglanzschwarz, die durch die M-spezifischen horizontalen Streben hier dominiert wird. Die schmalen, optionalen BMW LED Scheinwerfer sorgen hierfür für maximale Sicht bei Nacht und verleihen dem Fahrzeug mal wieder einen einzigartigen, markanten Ausdruck. Die großen Lufteinlässe in der Frontschürze optimieren nicht nur die Aerodynamik, sondern sorgen auch noch für verbesserte Kühlung der Bremsen und des Motors, was natürlich auch wieder hier auf pure Performance aufgelegt ist. Wie gefällt euch der aggressive Eindruck? Wollt ihr mal wieder der King auf den Straßen sein? Oder wie ich gerade gesagt habe, der Individualist unter uns? Teilt mir gerne eure Meinung mit. Die Seitenlinie des M3 Touring strahlt pure Dynamik aus. Dank der ausgeprägten Radhäuser, die kommen hier vorne und hinten richtig schön raus, und der bis zu 20 Zoll BMW M Leichtmetallfelge, hier ganz in Schwarz, um das Urban Green zu betonen, wirkt der Wagen wesentlich breiter und auch noch kraftvoller. Besonders auffällig hierbei sind die schwarzen, speziell für den M3 angefertigten Spiegelkappen und auch die schwarzen Seitenschweller, die dem Fahrzeug eine meiner Meinung nach noch sportlichere Optik verleihen. Diese Leichtbauweise verbessert nicht nur die Ästhetik, sondern trägt auch noch zur besseren Performance in jeder Situation bei. Eine tiefe Silhouette unterstreicht dabei die exzellente Balance zwischen Eleganz, Alltag und ja, dem Quintchensportlichkeit. Leute, das Heck des M3 Touring ist ein wahres Meisterwerk und übrigens mein insgeheimer Favorite. Vier dicke, fette N-Töppe in Schwarz-Chrom und der markante Heckdiffusor, die verleihen diesem Wagen den unverwechselbaren BMW M-Sportwagencharakter. Den Heckbereich, den können wir auch noch etwas aufmotzen. Hier gibt es dann optional auch noch einen Heck-Spoiler, vollkommen in Carbon. Bietet wesentlich mehr Aerodynamik und auch die Optik, gerade hier zum Urban Green, wird dermaßen gesteigert. Der Kofferraum bietet mit 500 bis sage und schreibe 1510 Litern Kofferraumvolumen optimal viel Platz für euren Alltag. Die elektrische Heckklappe mit berührungsloser Bedienung erleichtert zudem das Be- und Entladen. Was würdet ihr mit so viel Stauraum machen? Würde mich mal interessieren, schreibt das gerne runter hier in die Kommentare. Der Innenraum des BMW M3 Touring ist übrigens genauso aufregend wie das Exterieur. Die optionalen M-Carbon-Schalensitze sind nicht nur ein optisches Highlight, sondern bieten auch noch hervorragenden Seitenhalt bei jeder sportlichen Fahrt. Gerne auch auf der Rennstrecke. Hier haben wir euch einmal die normalen Varianten angebracht. Diese Sitze sparen sowohl Gewicht dank der integrierten Carbon-Rückenlehne und sind mit perforiertem Leder in einer M-spezifischen Farbgebung ausgestattet. Das brandneue BMW Curve-Display hier mit dem Operating-System 8.5 bietet ein 12,3 Zoll volldigitales Fahrrad-Display kombiniert mit einem 14,9 Zoll Zentralinstrument. Das Ambiente-Licht und die hochwertige Verarbeitung mit Aluminium-Akzenten und optionaler Carbon-Verkleidung machen das ganze Interieur zu einem wahren Erlebnis. Mit 530 PS und einem Drehmoment von sage und schreibe 650 Newtonmeter schafft dieser M3 Touring den Sprint von 0 auf 100, ratet mal, ich sag's euch, in 3,6 Sekunden. Das 8-Gang M-Steptronic-Getriebe erlaubte hierbei eine individuell einstellbare Schaltcharakteristik. Sportlich oder komfortabel? Genauso wie du es magst. Dank des MX-Drive Allrad-Systems und dem aktiven M-Sport-Differenzial erlaubte dieser Kandidat jederzeit die Kraft perfekt zu verteilen. Ob auf der Straße oder auf der Rennstrecke oder Förster-Like im Walde. Ja und warum gucken wir uns das Video heute an? Seid doch einfach ehrlich, wegen dem Soundcheck. Boah, das hat geknallt, oder? Er kann's immer noch. Dieser BMW M3 Touring ist ja ein technisches Meisterwerk. Wenn dir dieses Review gefallen hat, gib uns doch einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal für mehr solcher spannenden Einblicke. Bis zum nächsten Mal und bleibt schnell und natürlich auch sicher. Digga, ist das ein Sound? Das ist ja geisteskrank erkannt.